Nachdenkseiten Die kritische Website Hartz-IV-Urteil Angriffe auf das Existenzminimum sind in Ordnung Von Tobias Riegel Das Verfassungsgericht hat in seinem aktuellen Urteil zu Hartz-IV-Kürzungen bis zu 30% für rechtens erklärt. Das ist kein Grund zum Jubeln. Durch mangelnde Eindeutigkeit hat das Gericht es zudem versäumt, Rechtsfrieden zu stiften. Für die einen ist das Urteil ein Quantensprung, für die anderen eine Einladung zum Faulenzen. Während sich viele große Medien erwartungsgemäß positionieren, erstaunt der teilsecklingende Beifall von linker Seite. Das Bundesverfassungsgericht hat in einem aktuellen Urteil die Kürzung von Hartz IV bei Fehlverhalten um bis zu 30% für verfassungskonform erklärt. Das ist kein Grund zur Freude, auch wenn das Gericht gleichzeitig darüber hinausgehende Sanktionen zum Teil für nicht rechtens erklärt hat. Dazu eine Verlinkung zum Originaltext des Urteils. Diese fehlende Eindeutigkeit des Urteils hat fragwürdige Reaktionen provoziert aus verschiedenen Richtungen. So schreiben etwa die Zeitungen des Axel Springer Verlags, wenig überraschend, von einem Hartz IV auf dem Silbertablett oder fragen, wird Faulheit nicht mehr bestraft? Diese Szenarien decken sich ganz offensichtlich nicht mit dem Urteil. Das Urteil ist kein Quantensprung. Ebenso wenig deckt sich mit dem Urteil aber etwa eine Reaktion von linken Chefin Katja Kipping, die in der Tagesschau beschrieben wird. Zitat Die Linke ist hoch zufrieden. Schon seit Jahren fordert die Partei, sämtliche Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger abzuschaffen. Die Vorsitzende Katja Kipping war extra zur Urteilsverkündung nach Karlsruhe gereist und sprach anschließend von einem Quantensprung für soziale Grundrechte. Zitat Ende In dieser Kombination der Kommentierung wird sowohl von der Bild-Zeitung als auch von Katja Kipping der falsche Eindruck erweckt, den Richtern sei ein großer, ja dramatischer Wurf gelungen. Das Urteil ist aber eben kein Quantensprung. Die Richter haben im Prinzip einem Sanktionsregime ihren Segen gegeben, dass Betroffenen selbst noch ein Drittel des Existenzminimums wegnehmen darf. Ein Vorgang, der die Definition des Wortes Minimum in Frage stellt und den Raum für Interpretationen öffnet. Die Folge könnte statt besserer Rechtssicherheit eher zusätzliche Verwirrung sein. Her mit den Beschäftigungsprogrammen Es soll hier betont werden, dass die alleinige Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen und der Verzicht auf demütigende und kontraproduktive Bestrafungen keine ausreichenden langfristigen Lösungen darstellen. Viel wichtiger wäre es, wenn üppige staatliche Konjunktur- und Beschäftigungsprogramme mit ordentlichen Löhnen und einer Sozialversicherungspflicht durchgeführt würden. Das schützt vor aktuellen Herabsetzungen und vor Altersarmut. Das Geld für diese Programme wäre da. Der Staat müsste aber anfangen, es einzutreiben. Solange aber nicht in dieser Form an die Ursachen herangegangen wird, muss das Augenmerk vorübergehend auf einer besseren Milderung der Symptome liegen. Dazu gehört eine Abschaffung des Hartz-IV-Prinzips. Und solange auch diese Forderung unerfüllt bleibt, müssen eben weitere Verbesserungen innerhalb dieses Systems errungen werden. Dafür kann das aktuelle Urteil nur ein kleiner Schritt sein. Man sollte nicht zulassen, dass dieser ungenügende Charakter des Urteils vernebelt wird. Die schlimmsten Sanktionen werden gemildert. Zu begrüßen ist am Urteil aber durchaus, dass monatelange Minderungen um 60% nun nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Der Mensch dürfe nicht auf das schier physische Überleben reduziert werden, sagen die Richter sehr zutreffend. Genau das ist aber seit 2005 zum Teil praktiziert worden. Seither dürfen unkooperative Hartz-IV-Empfänger bestraft werden, wenn sie ein Jobangebot ausschlagen oder eine Fördermaßnahme ablehnen. Wer innerhalb eines Jahres mehrfach negativ auffällt, verliert bisher 60% oder sogar das gesamte Arbeitslosengeld II auch die Kosten für Unterkunft und Heizung, wie Medien von dpa zitieren. Diese Vorschriften müssen laut Medienberichten nun überarbeitet werden. Für die Übergangsphase regelt das Verfassungsgericht die Praxis selbst. Minderungen um 60 oder 100% dürfen demnach ab sofort nicht mehr verhängt werden. 30% Sanktionen bleiben zwar möglich, die Jobcenter können in Zukunft aber im Einzelfall darauf verzichten. Nicht überprüft wurden übrigens die besonders scharfen Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger unter 25 Jahren. Tatsächlich stellen die Richter Hartz-IV also nicht grundsätzlich in Frage. Arbeitslosen dürfen auch weiter geringwertige Tätigkeiten zugemutet werden, die nicht ihrem eigentlichen Berufswunsch entsprechen, wie etwa dpa berichtet. Niederlage für den Sozialstaat Und so kann der CDU-Arbeitsmarktexperte Peter Weiß zu Recht erklären, eine sogenannte Totalrevision des Arbeitslosengeldes II ist nach dem heutigen Urteil nicht angezeigt. Denn diese Revision gibt das Urteil nicht her. Das bringt auch etwa dieser Tweet auf den Punkt. Zitat Und Dazu eingeblendet innerhalb des Tweets Anders liegt dies, wenn, und solange Leistungsberechtigte es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern. Wird eine solche tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne weiteren Grund verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, kann ein vollständiger Leistungsbezug zu rechtfertigen sein. Zitat Ende Und ein weiteres Twitter-Zitat Das Urteil ist nicht nur kein partieller Sieg für die Menschenwürde, als die es hier teils akzeptiert wird, es ist eine entsetzliche Niederlage für den Sozialstaat, für das Solidarprinzip, für unsere Gesellschaft. Zitat Ende Darum ist es, wie gesagt, fragwürdig, dass manche Medien, aber auch manche linke Stimmen, aktuell den Eindruck einer Revolution bei Hartz IV erwecken. Zwar weisen viele der Hartz-IV-kritischen Stimmen in ihren Erklärungen auch auf den weiteren Bedarf an Reformen hin oder fordern die Abschaffung von Hartz IV, Doch hängen bleiben in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem Sätze wie jene vom Quantensprung, Kipping oder etwa das Zitat von Helena Steinhaus, Gründerin des Vereins Sanktionsfrei. Zitat Es ist ein großartiges Ergebnis, dass das Bundesverfassungsgericht die bisherige Sanktionsregelung für Gesetzes widrig hält. Endlich wurde eingestanden, dass das deutsche Sozialsystem 15 Jahre gegen die deutsche Verfassung verstoßen hat. Zitat Ende Jusos und Linke Vorstöße zu Hartz IV Andererseits gibt es einige neue Vorstöße zu Hartz IV. So will Juso-Chef Kevin Kühnert auf dem kommenden SPD-Parteitag über eine Abschaffung aller Hartz-IV-Sanktionen abstimmen lassen. Und die Linke im Bundestag fordert umfassende Verbesserungen für Arbeitslose mit einem neuen Arbeitslosengeld Plus. Die neue Leistung soll nach dem Bezug des Arbeitslosengelds fließen. Anders als bei Hartz IV sollen Betroffene zunächst weiter eine am Lohn orientierte Leistung erhalten. Die Höhe soll bei 58% des vorherigen Lohns liegen. Und auch Stimmen in der Linken weisen teils deutlich auf den ungenügenden Charakter des Urteils hin, etwa Gregor Gysi, der im Deutschlandfunk betonte, dass das Existenzminimum unter keinen Umständen angetastet werden dürfe. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, erklärt, dass Sanktionen komplett und ersatzlos zu streichen seien. Christoph Butterwege sagte, dass nur weil die Sanktionspraxis der Jobcenter künftig milder ausfalle, Hartz IV nicht seinen Schrecken verliere. Ob das Existenzminimum eines Menschen bedroht ist, entscheidet die Person ja selbst. Im Gegensatz dazu kann man auf die Welt verweisen, die behauptet, die Sanktionierung von Bedürftigen seien, wir den Steuerzahlern schuldig. In einem anderen Artikel behauptet die Zeitung, Zitat, Der Staat braucht ein Druckmittel auch gegen die Schwachen, Zitat Ende. Und in einem weiteren Beitrag, Zitat, Wie der Sozialstaat die Altersarmut anfacht, Zitat Ende. Und auch für die ARD sind Sanktionen weiterhin richtig. Wie ungenügend das Urteil tatsächlich ist, weil es interessiertem Personal die Möglichkeit der verfassungsmäßigen Bestätigung der Sanktionspraxis gibt, demonstriert unter anderem auch dieser Kommentar in der Tagesschau, Zitat, Ja, Sanktionen sind richtig, auch wenn das wenige Geld dann noch weniger wird. Denn ob das Existenzminimum eines Menschen bedroht ist, entscheidet die Person ja selbst. Warum? Der Staat unterstützt Menschen, die alleine nicht für ihren Unterhalt sorgen können. Und manchmal gilt eben auch, nicht wollen. Ihnen allen zu helfen, ist der Grundsatz des Sozialstaates. Der Staat darf sich nach diesem Urteil auch weiterhin das Recht herausnehmen, das ohnehin wenige Geld zu kürzen, nämlich denen, die nicht mitmachen wollen beim Sozialstaat. Er besteht nicht nur aus Nehmen, sondern auch aus Geben. Zitat Ende. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Also, Sie können uns auch bei uns bemerken, die ich nachdenken. Vielen Dank.